Passen die dir? Boah. Und nicht so eng. Ah! Uh! Ah! What is das? Ich finde dich schon toll, weil du fährst so gut Rollerskates. Das heißt Inlineskates. Aber Inlineskates. Naja. Wir können auch jetzt einfach zu dir gehen und miteinander schlafen. Ja, können wir auch. Machen wir aber nicht. Ach so.